Du heisst Elisabeth? Willst du auch einen? Es ist jetzt aber nur noch vier B da. Danke. Goldfasan wie du darf nicht in eine gewöhnliche Büchse aschen. Goldfasan? Ja. Das kann ich nicht auf mir setzen lassen. Das sehe ich genauso. Einen Spaziergang durch den Park, damit ich meine Fehleinschätzung korrigieren kann? Wie Chao. Ich bin nicht auf mir. Ich bin nicht auf mir. Ich bin nicht auf mir. Untertitelung des ZDF, 2020